Wir haben noch welche gemacht. Achso. Das Wasser machen wir mal weg hier. Weg. Gut. Also hier war ich auf jeden Fall schon mal. Na? Okay. Sollen wir die Kohle dann noch mitnehmen? Wo? Welcher? Die hier vorne ist. Warte mal, ich mach das Wasser auch mal mit hier. Ach dort, ja, die kommen wir mitnehmen. Ich geh mal abbauen. Ja. Das Wasser ist auch weg. Hier oben war auch, glaube ich, noch irgendwo Eisen. Ich mach mal das andere Wasser hier auch weg. Was ja ein bisschen unübersichtlich ist. Na? So. Zu. Das ist da weg. Und das hier auch noch schnell weg. Aber da müssen wir noch einmal hier rechts unten gucken. Ich glaube, da war ich noch nicht. Darfst du gerne tun. Wohl. Ich geh jetzt mal eben gucken, was hier vorne ist. Okay, hier ist nix. Ich glaube, da war auch nichts mehr. War hier noch irgendwas? Nö. 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 Und hier haben wir gerade ab. Und hier haben wir gerade ab. Dann gehen wir noch einmal hier links runter. Schauen mal. Oh, hier ist nix mehr. Enttäuschung. So, dann zeig mal, wie es hier raus geht. Alles klar. Dann musst du mir einfach nur folgen. Wir sind hier in Nullkommanichts draußen. Na, nicht draußen. Ich bin bei meinen Kisten. Ja. Wie war das mit vorne oben, rechts, links und so? Ja, ja. Die Kohle nehmen wir noch kurz mit, oder? Komm, du willst es bloß rauszögern, weil du selber den Weg nicht weißt. Ja, genau. Weil du selber den Weg nicht weißt. Ne. Pass auf. Warte, ich zeig's dir. Ja, ich bin ganz ohr. Ich folge dir nur. Die Kohle schnappen wir uns auf jeden Fall noch. Okay. Kommst du mit? Ja, ja. Ich bin ja in Fersen. Hier rum. Hier durch. Hier runter. Hier entlang. Hier war das Zeug. Au, 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 au. Du wirst mir sagen, dass da Lava ist. Nein. Was machst du? Ich bin eine lebende Facke. Ja. Merk mir schon. Ich hab Zuckungen. Siehst du das? Zuck, zuck, zuck. Zuck, zuck, zuck. So. Wollen wir uns mal hier so den Weg zurück. Bidi, bidi. Hier hoch. Durch den Wasserfall. Ganz nach oben. Ja. Schaff ich nicht. Wie schaffe ich nicht? Doch, jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Aufzug. Aber hier waren wir auch noch nicht. Cool. Hier. Mr. Fessel. Ich bring mich jetzt zu meiner Kiste sofort. Scheiße, hier waren wir echt noch nicht, ne? Nein. Also hier ist noch nichts ausgeleuchtet. Krass. Oh, hier ist auch noch extrem viel Kohle. Sollen wir die auch noch mitnehmen eben kurz? Und hier ist auch noch was Blaues. Was Blaues? Ach, da oben. Lapu. 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 Keine Ahnung. Lapu. Warte, ich kann es genau sagen. Lapis Lazuli. Ich vergesse es jedes Mal. Zack, zack. Kohle. Na? Okay, aufpassen, dass wir da nicht in die Lava reinfangen. Okay, drauf geschissen. Ach, hier geht es auch noch weiter? Geil. Fösel. Bring mich zu meiner Kiste. Ja, okay, warte. Wir gehen jetzt zur Kiste. Auf zur Kiste. Auf zur Kiste. Hoch. 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 Ich bin da nicht. Sehr schön. Hier entlang. Ne, hier war es nicht. Scheiße. Scheiße. Wo waren wir denn? Ja, ja, vorne geradeaus, vorne links, dann rechts und so, ne? Ah, ja. Warum waren wir hier denn? Wie groß ist es, dieses Teil denn? Tja. Scheiße. Das ist kacke. Ich glaube, wir kommen ja nicht mehr raus. Hier ist noch Eisen und Gold. Au, scheiße, ich bin gerade in die Tasche weiter runtergefallen. Was? Ja. Durch ein Loch, so ein Loch, da. Ja? Ja. Aber wir auch. Jetzt sind wir noch weiter weg von unseren, von unserer Kiste. Brauchen wir denn Gold? Also soll ich das mitnehmen, oder? Ja, ich habe gerade Gold hier schon abgebaut. Okay. Ja gut, ich würde sagen, wir sind gefangen. Okay, also warte mal. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal, weil hier ist eine Fackel. Okay. Das ist doch schon mal gut. Naja. Und die halbe Mikro. Eine Fackel hat nichts zu sagen, ne? Okay, hier waren wir auch schon gewesen. Ähm... Ich weiß, wo es rausgeht. Ich habe, glaube ich, einen Ausgang gefunden. Hast du einen Ausgang gefunden? Also meine Kiste, zumindest. Ja. 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 Hast du eine Kiste gefunden? Na, hier sind, warte mal, hier sind zwei, zwei Fackeln. Da muss ich theoretisch eigentlich bloß gucken. Da müsste es dann hier rechts. Oder auch nicht. Hm. Doch nicht. Doch nicht. Oder hier? Ne. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Kannst du laut sagen. Habe ich auch schon wieder irgendwo... Nein! Jetzt bin ich schon wieder, noch weiter runtergefallen. Och Mann! Hier sind überall Löcher am Boden. Nicht so gut. Du musst die Fackeln ausstellen. Ah, jetzt habe ich ihn aber gefunden. Scheiße! Lava! Lava! Ich tot! Nein! Du bist tot? Ja. Ehrlich? Ja. Scheiße, und jetzt? Ja, jetzt bin ich bei unserem Bett gespawnt. Ach, Quatsch. Scheiße! Ich finde doch mein Zeug nie wieder. Ich finde das gleich schon. Ich bin dort gestorben, wo ich vorhin schon mal in die Lava gefallen bin. Dort in der Nähe. Irgendwo dort. Okay. Kack. Weil ich habe keine Karte, das heißt, ich finde euch nie wieder. Klar. Du kannst mir mal an der Karte dann los. Du hast ja noch eine Karte einstecken, oder? Ähm, nö, ich habe keine Karte dabei. Willst du mich jetzt verarschen? Wie soll ich noch nicht wiederfinden ohne Karte? Also, ich habe keine Karte dabei. Toll! Das ist natürlich geil jetzt. Scheiße! So, wo bist du denn gestorben? Das muss doch hier irgendwo sein. Ja, irgendwo an der Lava. Also, die Hälfte ist bestimmt reingefallen, aber ich hoffe, dass ein bisschen was noch zu retten ist. Ja, da sind deine Klamotten. Alles klar. Toll. Hast du fein gemacht, Fessel. Gerade aus, dann nächste links und wieder rechts. Hat doch fast funktioniert. Ja, ich weiß, vor allem jetzt ohne Karte weiß ich nicht, wo ihr seid, weißt du? Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall deine Klamotten hier gefunden. Ja, das ist schon mal schön. Ich habe wenigstens mein Diamant dabei. Ja. Gut, dann hat sich das schon mal gelohnt. Zack. Was hast du denn versucht, hier zu machen? Ich wollte gar nichts machen. Ich wollte nur weiterlaufen, bin in die Lava gefallen und bin da nicht mehr rausgekommen. Okay. Nur das Problem ist, ich weiß echt nicht, in welche Himmelsrichtung ich gerade gehe. Äh, kack. Kann man nicht irgendwie so eine Karte oder sowas einstellen? Nee. Steuerung. Kann man sich nicht eine Karte craften? Auf Karten sichtbar, zwei Spiele auf geteilten Bildschirmen, vertikal? Nee. Was? Kamerabewegung ansehen, auf Karten sichtbar, Gamertags auf geteilten Bildschirmen, Tipps? Nee. Wie viel Redstone brauchen wir denn, weil hier ist auch noch extrem viel? Ja, erst mal glaube ich nichts mehr. Okay, dann brauche ich den Scheiß. Versuche aber jetzt mal unsere Kiste zu finden. Okay. Toll, ich bin doch kack. Hm. Warte mal, ich schaue mal eben, ob ich ein, weil ich finde ja auch dann nicht mehr meine Hütte ohne Karte. Ich gucke mal eben, wie man eine Karte craften kann und dann schaue ich mal, ob ich da mir mal was machen kann. Okay. Dann finde ich euch echt nicht wieder ohne Kack, weil ich weiß ja nicht, in welche Himmelsrichtung ich laufe. Ja. Uns vor allen Dingen. Naja, meine Kiste und ich. Ich finde noch nicht mal meine Hütte wieder. Was geht? Ich bin gerade mal 100 Meter gelaufen und finde meine Hütte nicht mehr mit. Oh, klasse. Nie wieder. Nie wieder. Was? Nie wieder? Nie wieder Abenteuer mit dir. Warum nicht? Viel zu abenteuerreich. So, ich glaube aber genau, da ist unser... Da ist ein Wolf, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf. Wölf, Wölfchen, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Ja, ich muss das machen, haben wir noch Knochen in der Kiste gehabt? Ja, aber müssen noch welche drin gewesen sein. Ähm, nö. Dann sind die mit bei mir in der Lava gefallen. Was sind die Knochen? Hm. Ähm, habe ich Knochen aufgesammelt? Ne. Ja, dann sind... Schuhe habe ich hier noch. So, wie kann man eine Karte craften? Gleich mal schauen. Kompass, Kompass ist auch gut. Ja, dafür brauchst du Gold und Redstone. Toll. Habe ich. Ja, schön. Schön, dass du das hast. Aber dann kann ich mir einen Kompass craften, oder? Aber... Ja, das kannst du machen, genau. Ähm, geh zu unserem Crafting-Thema, wenn du den irgendwann wieder findest. Und craftet dir einen Kompass. Da brauchst du viermal Gold und einmal Redstone dafür. Und für die Karte brauchst du einen Kompass und ganz viel Blätter. Blätter? Ach nee, Kompass brauchst du Eisen und Redstone. Aber das ist ja dasselbe. Du hast ja alles bei dir. Ja, ich habe alles hier am Start. Tja, dann würde ich mal sagen, ich kann nichts machen außer warten. Weil mir bringt das nichts, wenn ich jetzt irgendwo in die Pampa laufe und dann mich ganz vorirre. Dann muss ich jetzt irgendwie den Weg zurückfinden? Ja, na du musst halt, ja, du musst halt gucken, ob du, dass du halt, ähm, ähm, deine Truhe findest. Weil da ist ja alles Nötige drin. Ja. Fuck ey. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Plan, wo ich hier bin. Weiß wirklich nicht. Vor allem, ich laufe um eine Ecke und bin auf einmal wieder komplett im Dunkeln, wo ich vorher noch nie war. Mhm. Das ist echt kacke. Ich könnte ja, ich könnte ja mal gucken, ob ich irgendwo eine Höhle finde und Redstone und Eisen finde. Also ich habe ja auch die im Rand gefunden. Die baue ich auf jeden Fall noch in der Pampa, oder? Ja, das auf jeden Fall. Warte mal, ich gehe mal eben mit mir eine Hacke craften und dann gucke ich mal, ob ich hier auf unserer Insel, in unserer Nähe, eine Höhle finde. Wo ich wenigstens ein bisschen Eisen finde und Redstone. Die Wahrscheinlichkeit liegt zwar bei 1 zu 1 Million, aber... Ist das echt so niedrig? Nein. So. Ich brauche erst mal Stäbchen. Dann die Hacke und das. Gut. So. Fössl, ich komme dir mal entgegengearbeitet. Okay. Bin ich mal gespannt. Aber war bei uns hier irgendwo eine Höhle? Eigentlich nicht. Na ja, mal gucken. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Ach so, mal gucken, haben wir noch Kohle bei uns im Lager gehabt, dann muss ich mal mal ein paar Fackeln bauen. Ich glaube, da war keiner mehr. Ich glaube, die haben wir alle mitgenommen, oder? Weiß ich nicht. Guck mal eben. Nix. Doch, siebenmal. Ne, hier ist noch dreimal. Holzkohle und Kohle. Passt. Ich schwimme jetzt einfach mal hier dem Wasser entgegen. Also, wenn du irgendwo ganz viele Fackeln findest auf dem Weg, dann ist das dann der Weg zu unseren Kisten. Okay. Das sieht doch gar nicht schlecht aus hier. Ne, hier war ich auch nie. Dann gehe ich auch nicht mal weiter. Scheiße. Hier sind auf jeden Fall Fackeln. Das sieht halbwegs gut aus. Sieht mal, wie man ohne Karte aufgeschmissen ist, ne? Scheiße, ey. Ohne Witz. Da ist noch ein Wolf und ich habe keinen... Oh Mann. Keinen Knochi? Ne, das ist schon mein zweiter Wolf hier, den ich hier sehe. Fuck. Ich habe, glaube ich, eine Höhle gefunden. Okay. Ja, ich habe eine Höhle gefunden. Mit Wasser sogar. Sehr schön. Ach du Scheiße, die geht aber weit rein. Weißt du, was ich jetzt gleich einfach mache? Stimmt. Ne. Also, ich glaube... Also, ich weiß nicht, wie ich den Weg hier rausfinden soll. Das ist... Bau dich einfach nach oben und schau dann auf der Oberfläche, ob du irgendwo den Eingang findest. Ja. Ich glaube, das ist das Klügste, was man machen kann. Mhm. Fuck. Wir hätten uns auch vielleicht mal irgendwo, äh... Ja, so Anhaltspunkte bauen können, ne? Naja, wie gesagt, ne? Ich hatte ja so schöne, ähm... Pfeile, beziehungsweise Wege aus Fackeln gemacht, aber das war dann alles zu schnell gewesen. Mhm. Scheiße, ey. So, dann geht's hier lang. Kommt man hier lang. So viel zum Thema. Komm, wir gehen jetzt mal schnell nach Hause und sichern uns die Sache und die Kisten. Weltklasse funktioniert auf jeden Fall. Hast du wenigstens den Obsidian aufheben können noch? Ähm... Ähm... Ja. Sehr schön. Zwölf Stück. Sehr schön. Super. Reicht das? Mhm. Okay. Lalalala, lalalala, lalalala. Ich bin verloren und habe keinen Plan. Mhm, nicht nur du. Muss. Muss. Dann mach ich mal erst mal hier das Wasser weg. Scheiß'n Dreck. Ich versuche jetzt hier ganz verzweifelt eine Höhle zu finden, ne? Wo sind wir langgelaufen? Wir sind doch ganz weit, äh... Ja, ganz weit weggelaufen, oder? Ja. Nur das Problem ist halt, wenn ich von unserem Haus aus loslaufe, weiß ich ja dann nicht genau, wo lang, weiß ich mehr, ne? Ja. Es sind ja manchmal ein Millimeter, sind ja manchmal hier schon eine halbe, äh... Ähm... Wie sagen wir dazu? Halbe Karte. Ja. Ey, bei uns auf der Insel gibt's echt keine Höhle, ha? Ne. Scheibenkleister und wieder ein Wolf. Oder? Was war das? Ach ne. Das war ein Schaf. Doch, ich hab eine Höhle gefunden. Ah, das wird doch noch mit Wasser. Das ist so ein Fake. Das ist nicht unsere Höhle? Ne. Scheiße. Aber... In der Höhle waren wir vorhin auch schon mal gewesen. Bei der Fake hier. Und dann sind wir, glaube ich, hier rüber gesprungen. Soll ich's machen, oder soll ich's nicht machen? Mach es. Ich verlaufe mich nur. Naja, mal gucken. Finden wir schon irgendwie. Ich hoffe mal, dass du unsere Kiste wieder findest, dass du mich dann wieder nach Hause lotsen kannst. Ganz ehrlich, ich glaub, das können wir vergessen. Die Kiste ist flöten. Aber sowas von. Außer wir finden... Ja, wollte ich gar nicht sagen. Außer wir tun von oben, also weißt du, wir... Ähm... Tun von der Höhle... Von der Höhle oben aus wieder reinlaufen. Dann finden wir die ja wieder. Ja. Das ist aber auch der einzige Weg, wie wir das wiederfinden könnten. Sonst können wir es echt vergessen. Ja. Der Commander-Krieger möchte Trials Evolution mit mir spielen. Ja, der hat mich gerade auch schon eingeladen. Ich glaub, der hat auch gerade irgendwas im Livestream gesagt. Von wegen, schreibt denen mal Nachrichten. Weil mir jetzt hammer viele Leute auf einmal schreiben. Okay. Na, wollen wir jetzt mit Spielen noch Trials, oder? Nee, ich zocke jetzt keinen Trials mehr mit. Ich werd gleich auch mal eben kurz... Also ich werd jetzt eben an die Oberfläche. Ja. Und dann mal... Wenn du dann an der Oberfläche bist, können wir dann erstmal speichern. Ja. Und erstmal Schluss machen. Müssen wir beim nächsten Mal dann schauen, wie wir dann irgendwie wieder da an das Zeug kommen. Ja. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, der wartet auf uns. Kann das sein? Weil im Livestream, da macht der nämlich nix. Okay. Ist alleine in seiner Gruppe. Also hier Trials. Also hier waren wir definitiv noch nicht gewesen. Scheiße, ich hab mich auch verlaufen. Das ist gar nicht gut. Warte mal, was kann ich denn wegschmeißen? Ähm... Deine Eisenstiefel sind so gut wie kaputt. Ja, hau die weg. Okay. Zack. Weg damit. Und jetzt geht's nach oben. No muss ja.